Hallo, guten Tag. Heute zeige ich Ihnen unsere 9. Zahler Herkunft. Im Vorrat habe ich schon diese Kabel angeschlossen. Diese angeschlossen ist auch ganz einfach. Hier ist es für Staubversorgung. Und es ist auch ein breiter Spannungsbereich. Und es ist für 12 bis 35 Wohltage. So hier ist es für Motor angeschlossen. Und jetzt machen wir... Hier ist es für HH-to-Excel. Für Vorwärts- und Rückwärts- und Stop-Funktion. Hier ist es für Geschwindigkeit und ein Zustellens. Und jetzt machen wir die Motor laufen. Wir können durch hier. Hier ist es die maximale Geschwindigkeit von 45 RPM. Jetzt machen wir die Motor ein bisschen langsam laufen. Jetzt machen wir diese HH-to-Excel. Zuerst machen wir Laub, Stop und Down. Dann lassen diese Motor laufen. Lassen Sie sich über eine Frage, es gibt nichts von einem Telefon. Ich möchte Ihnen die E-Mail auf der Telefonen an uns machen. Und wenn ihr einen Info sehen könnt, dann auf unsere Website schauen. An uns �olu so ein paar perishable Comments. Danke für eure H-Sagen. Ciao!